Herzlich Willkommen bei Göttschim Dreispitz, das Fachgeschäft für Werkzeuge und Maschinen. Mit dem breiten Sortiment an Hand- und Elektrowerkzeugen mit über 30.000 Lagerartikeln sprechen wir alle Handwerksbranchen an. Bei uns im Ladengeschäft mit 500 Quadratmeter Verkaufsfläche kann sich der Handwerker die Produkte von unserem Fachpersonal erklären lassen. Wünscht der Kunde eine Beratung vor Ort, sind wir mit unseren Aussendienstmitarbeitern auch auf der Baustelle oder im Werkhof. Im Berufskleidungsshop von Göttschim Dreispitz ist der Arbeitsschutz von Kopf bis Fuss erhältlich. Mit der Marke Mascot decken wir den Arbeitskleiderbedarf für den jungen individuellen Handwerker sowie für das Image-Line bezogene Grossunternehmen vollumfänglich ab. Wer bequeme Kleider trägt, arbeitet sicherer und vor allem mit mehr Freude. Das ist nebst dem Arbeitsschutz wie Schutzbrille und Arbeitshandschuhe der erste Schritt das Unfallrisiko zu senken. Technik braucht Service und Unterhalt ist unser Leitsatz für die Werkstatt. In der eigenen Reparaturwerkstatt reparieren wir alle bekannten Marken, die über den Fachhandel verkauft werden. Wird ein Ersatzgerät benötigt, kann der Kunde auf unseren Mietpark zurückgreifen. Da Göttschim Dreispitz über einen eigenen Weferdienst verfügt, holen wir Reparaturen auch direkt beim Kunden ab. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Göttschim Dreispitz, das Fachgeschäft für Werkzeuge und Maschinen. �icher-Öl NY-Gsfrei von Göttschim Dreispitz Kvar Bettschim Dreispitz